Ja, es ist ein bisschen schwieriger, aber mit deinem Wurf bekommst du es auf alle Fälle hin, du schaust ein bisschen und kannst dann eine der Gänge ausmachen, die wohl besonders viel zucken, irgendwelche Muskelkontraktionen oder Adern, die da pumpen, ja wie gesagt, Blut ist es nicht, es ist einfach Flüssigkeit, die da runter läuft, aber ihr könntet euch dann eben durch den Gang weiter nach vorne tasten, groß genug für euch ist er auf alle Fälle und du kannst sehen, wie dort wohl vermehrt Käfer herauskommen und dann in verschiedenen Unterschachten verschwinden, irgendwie kleine Abzweigungen in dem Adergeflecht und wenn du dem ganzen folgst, könnt ihr dann in einer gewaltigen großen Brutstätte stehen bleiben, ungefähr so groß wie eine Kathedrale, die ihr vor einem Tag erst gesehen habt von den Sororitas, nur dass es hier keine Statuen gibt, sondern nur Abemillionen von Organismen, von Eiern, die hier produziert werden, von Gebärsäcken, von Klumpen, die an der Wand hängen oder herunter an den Wänden mit einem Schleim rinnen und dabei aufplatzen, weitere Viecher gebären, die dann eben wie ein Tumor dann wandern und in verschiedene Richtungen dann verschwinden, das Schiff versorgen mit mit den Dingen für den täglichen Gebrauch. Alles ist voll von diesen ekelhaften Misterjahren. Ich glaube wir haben eine dieser Brutorte gefunden. Das wäre vielleicht ein lohnendes Sekundärziel. In der Tat, ich bin ja auch der Meinung. Und wenn hier nichts geschaffen wird, kann nichts mehr abgefeuert werden. Und wenn wir das Feuer näher früher als später beenden, wird dies wertvolle Assets auf der Planetenoberfläche sichern. Außerdem wäre das auch gute Geninformationen mitzunehmen, falls wir es nicht zum kognitiven Areal schaffen sollten. Ich könnte dies den nötigen Informationen mitgeben. Ja, wollt ihr denn mit dem Sammeln der Geninformationen beginnen und der Rest von uns zieht die Granaten? Positiv. Was meint ihr, Bruder Gabriel? Na, ich bin mir nicht sicher. Wir wissen das, wir wissen noch nicht, wie weit es es so im kognitiven Areal ist. Wenn wir überlaufen werden, das Schiff ist riesig. Wir wissen nicht, wie viele dieser Tyraniden hier umher und Symbionnen sich hier befinden. Dann wissen wir den Ort dieses Angriff evakuieren, bevor sie hier sind. Genau wie wir es mit unserer Eindringstelle getan haben. Also schnell und hart zuschlagen. Dann sofort weiterziehen. Dann sollten wir aber zuerst eure Proben nehmen, bevor wir hier dann anfangen zu springen. Ja. Weil sonst könnte es passieren, dass wir springen und ihr nicht schafft, so schnell zu evakuieren. Richtig. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Xenos eine solch wichtige Stätte nicht verteidigen werden. Haltet Wache. Ja, ihr müsst wachsam sein. Weitere Krieger hier erkennen, die nicht nur in den Eilsäcken darauf warten, geboren zu werden, sondern die bereits ausgebrütet in der Wand paaren und dort dann gelagert sind. Also die sind auf alle Fälle für den Angriff bereit. Und wenn ihr euch dann herumtastet in dieser Brutstätte und überlegt, wo ihr am besten weitere Fraggranaten anbringen könntet oder eben auch nicht. Ihr könnt auch sehen oder auch vor allem hören, dieses widerliche Geräusch, auch wenn es gedämpft ist durch eure Helme, aber dieses Platzen von reifen Kapseln und diese Kreaturen, die dann herausquellen, den Schleim abstreifen, die nun irgendwie fressen in die reglaften Roller stecken und dann in den Gängen verschwinden. Ihr könnt teilweise sogar jetzt auch Thermaganten und Hormaganten erkennen, die dann hier geboren werden, die allerdings euch trotzdem nicht angreifen. Aber während ihr euch hier bewegt, könnt ihr einen gewaltigen Krieger erkennen, der in der Mitte der Brutstätte steht und euch jetzt aus seinen gewaltigen, bösartigen Augen anblickt. Wir sind entdeckt. Brüder, jeder eine Granate in die Wände, wo er die Feinde entdeckt. Danach töten wir das dicke Vieh in der Mitte. So, wir haben einen Alpha-Krieger von den Tyraniden. Schauen wir mal, was der alles kann. Jede Menge gute Sachen. Wir sind 10. 1. Hervorragend. Da bin jetzt nicht so schnell dran. Also, ich bringe die 7 auf die Reihe. Nicht so schnell, aber tödlich ist er trotzdem. Ich stehe ja hinten. Bei der 1 fehlt aber noch die Gewandtheitsbonus. Ja, ich weiß, den hab ich eingetragen, ist 4. Achso, okay, weil du gesagt hast, Brüder. Aber ich hab bei nur 1. Ich hab bei mir auch keinen Bonus eingetragen, von daher. Also, ich komme auf 7. Haben wir ein Brett? Ne, ne, wir schreiben auch die Initiative vor den Namen. Ah, okay. Kampfrunde 1. Wir beginnen mit Wilhelm. Wie es auch genau mein Plan war, möchte ich mir den nächsten größten Ort sehen, also die nächste größte Sammlung von Tyraniden, die noch in der Wand stecken und denen die Frackgranate ins Gesicht werfen. Das war ja auch mein Plan. Also, ich weiß nicht, wo ich am meisten entdecke. Wenn ich natürlich ein Cluster entdecke, werfe ich da hin. Ja, also wie gesagt, die Kamera ist groß. Es gibt hier viele Eier und Brutsäcke und Pilze oder so etwas. Also, die kannst du auf alle Fälle entdecken und hier würdest du dann die meisten von ihnen entdecken, sodass du da in die Richtung eine schmeißen könntest. Dann würde ich eine Frackgranate schmeißen. Mit der 5 ist das easy geschafft. Okay, dann würfelst du eine 5. Ähm, Explosionsradius sind, glaube ich, 10 Meter bei denen? 5. 5 Meter. Dann kannst du im Prinzip, ich glaube der Raum ist leider nicht so groß. Ja, die Entfernung von denen sind 20 Meter. Ist wie gesagt ähnlich groß wie eine Kathedrale. Aber du kannst auf alle Fälle dann den ersten Tyranienkrieger dann dort beschmeißen. Und der Schaden von den? Ich bin genauso befragt. Das sind 2,10 glatt. 2,10 DS? 0. 2. Dann schmeißt du deine Granate, sie bleibt wohl in einem Eier stecken und du weißt nicht genau, ob der Zündmechanismus klemmt oder ob der Ei das ganze absorbiert. Zumindest siehst du, wie Sekret oder Schleim drüber läuft, irgendwas pritzelt und du merkst wohl, wie die Substanz der Fraggranate aufgelöstet wird durch diese Säure oder was auch immer. Und dann kannst du hören, wie neben dir Octavius wach wird. Diese Kriege in den Wänden, den rechts von mir, den da, kann ich den schon sehen? Ja, die sitzen noch in den Wänden, die kommen dann gleich raus. Dann möchte ich eine Salva auf den abfeuern. Gleich truf da. Ja. 27, sieht gut aus. Ich glaube, wir treffen alle vier. Ja, alle vier. So, Lebenspunkte. Habe ich viele. Und meine Rüstung ist 8. Dann zieh eine 1 ab. Plus den Widerstand. Du darfst noch eine 10 würfeln, denn du schießt mit Höllenfeuermunition und da zählt auch eine 9 als eine 10. Stimmt, richtig. Oh, stimmt, ja. Das ist der Zaun des Imperators, der bei der 9 explodiert. Das ist ganz gut. Außerdem wird natürliche Rüstung, die sie haben, ignoriert. Der Hittin-Panzer. Der Widerstand nicht. Nee, den nicht. Aber es geht um die Rüstungspunkte. Genau. Genau. Dann ziehe ich. Dann habe ich nur noch 10. Was immer noch echt, echt viel ist. Ja, das sind die Krieger. Ja, dann bespickst du die Kreatur mit den Wolterschüssen. Die Wand platzt auf und die Höllenfeuermunition, der gießt sich als Säure in das Gesicht des Kriegers, verätzt ihm auf alle Fälle eins der bösartigen Augen. Du siehst, wie er eine Zangkralle abfällt und er muss sich da irgendwie mit seinen Neuralfressern rausbrennen, spuckt so ein bisschen Säure in deine Richtung und versucht sich daneben rauszubinden. Aber du siehst auch, wie ein Bein nachgibt und er dann irgendwie schwach, bösartig funkelnd auf euch zuhängt. Und dann nach Octavius ist Tordal. Nun, ich ziehe natürlich dann gleiche Ziele wie guter Octavius, weil ich erkenne den ja bereits, dann hat es schon Geschwächt an. Aber jeder Gegner, der schon mal fällt, ist schon mal gut für uns. Und ich springe dann mit dem Sprungmodul direkt in die Richtung. Ja, es ist direkt neben dir. Schauen wir mal nach. Es sind 13 Meter, 14 Meter, die du dann auf die Wand zuspringst. Der Raum ist auf alle Fälle groß genug. Du musst ein bisschen aufpassen, dass du mit deinem Sprungmodul nicht in den ekelhaften Schleim von oben hängen bleibst. Aber du zündest. 38, da habe ich das locker. Du zündest, springst, landest direkt vor ihm, wie er sich rausschält. Ist wie gesagt schwer auf den Beinen und dann zuckt. Ich habe eine Klinge nach vorne. Mit 70, mit dem Sturmangriff schaffe ich das sogar noch. Er hat aber eine Reaktion, auch wenn er angegriffen ist. 22, das sieht nicht gut aus. Erster Schaden, ich würde sagen, sie kann sich ja dreimal würfeln. Ja, recht schon. Du sägst und sägst und er ist einmal mit ihm einen so an seinen ekelhaften, vielzähligen Armen ab. Bis du dich dann durch den Kopf hindurch gefressen hast und dann klackt er nach hinten und die Sensen klauen verharrern. Ja, wären insgesamt 28 Durchschlag hier gewesen. Ja, da mit dem Kettensägenschwert hast du natürlich keine Hallen für Munition. Dann muss ich das Ganze anrechnen, aber er hat auch nicht mehr genug Leben, sodass du ihn dann zersägst. Gabriel erhebt seinen Bolter und schießt auf einen, der in der Wand steht. Gerade im Begriff ist aufzumachen. Entfernung 40 Schnitt. 81, das sieht nicht danach aus. Ja, scheinbar ist das Ziel nicht klarsichtlich. Ja, du schießt und schießt. Du siehst aber auch, wie wohl irgendwie von oben ein Ei abgesondert wird und dir direkt in den Weg fällt. Das Ei wird aufgelöst durch die Höllenfeuer Munition und die restliche Säure spritzt nur noch nustlos auf die anderen Eisäcke. Aber der Tyranidenkrieger wird nicht behindert. Oder Arminius. Arminius wird seinem Sprungmodul einen kurzen Puls geben und sich einen kurzen Satz in Richtung der beiden in der Wand eingelassenen Krieger bewegen. Das hat 12 Meter, na komm, hier. Und im Grunde, sobald er auf den Boden aufkommt, mit der Pistole einen Schuss aus der Hüfte abgeben und dann nicht so, wenn er natürlich weiter springen. Das ist ein Einstiegsschuss. Wir sind dann davon schon. Einstiegsschüsse sind nicht erleichtert, oder? Ich möchte eine halbe Aktion öffnen, wenn ich halt noch schießen kann. Ich möchte ihn nicht stumm angreifen. Aber du bist ein Sturm, Marine. Ich weiß, aber dann stehe ich halt einen halben Kilometer von meinem Team weg. Und wozu für zwei Dulli-Tyranninen? Okay, gut. Ich würfel erstmal. Würfel mal. Das ist definitiv ein Treffer. Ich kann leider keine Salva abgeben. Aber gut, dann mache ich erstmal einen Schaden. Das sind... Es kommen hier drei D10 zum Tragen. Davon geht einer weg. Höllenfeuer Munition. Wir ziehen die vier ab. Das sind 15 plus 15, 20 Punkte Schaden. Nur gegen seine Toughness. Dann, ähm... Das ist ein Einsatzbeschluss. Das heißt, du machst nur 10 Schaden. Gegen Tyranienkrieger 2. Dann, nach Arminios bin ich dran. Und zwar mit allen meinen Kriegern. Ich muss gerade mal schauen. Die machen einen Sturmangriff. Wie schnell können die sich bewegen? 36? Im Sturmangriff ist ein bisschen viel 36. Was ist Ihre Base-Movement? Das schaffe ich aber leider nicht. Ähm... 36 ist das, was Sie als höchste Bewegung haben. Also als Rennen? Genau. 6, 12, 18, 36. Ja, dann ist 18 in Ihrer Sturmangriffsreichweite. Ja. Ja. Dann bewegen Sie sich voll auf wirklich zu und sind das nächste Mal dran. Es ist ja fast so, als hätte ich das geplant. Aber der Alpha Krieger wird sich hochbewegen. Aber der Bruder hier, der Krieger vor Bruder Tordal ist tot, ne? Ähm, jetzt ja, Connect. Habe ich noch nicht auf tot gesetzt. Dann werden wir ihn nochmal auf tot setzen. Der fehlt dem Kopf, genau. Aber der Alpha Krieger bewegt sich auf euch zu. Er ist auch als solcher zu erkennen. Er ist wesentlich größer als die normalen Krieger, die ihr schon kennt. Und habt ihr so in freier Natur auf den zahlreichen Planeten noch nicht erkannt. Der ist also höchstwahrscheinlich dafür da, dass er den Genotypus der Schwarmflotte beschützt. Die Wichtigkeit dieser Kammer wird alleine durch den Alpha Krieger gewahr. Dann habe ich mich nur bewegt. Ich muss gerade mal schauen. Kann ich noch irgendwie mit Fernkampfwaffen schießen, wenn ich gesturmen, also wenn ich gelaufen bin? Ne, nein, du kannst dich eine halbe Aktion bewegen und danach schießen. Ja, ich gucke gerade mal, was die für Fernkampfwaffen haben, ob sich das überhaupt lohnt. Also bei den Kriegern gibt es zwei Varianten. Einmal welche, die haben vier Arme, in jeder Hand so eine Klaue. Und der einen Krieger werde ich nur die Hälfte weitersetzen. Und dann mache ich einen Angriff. Neben Sensenklauen und Zangenkrallen haben sie Neuralfresser auf 30 Schritt. Und dann werde ich den einfach mal ausprobieren. Die schießen auch mit lebender Munition. Ich habe sonst noch die Säurespucker. Ich nehme aber den Neuralfresser. Dann würfel ich einmal einen BF. Schießt du auf mich? Ich schieße auf dich. Okay. Dann muss ich dem doch ganz gerne ausweichen. Dies gelingt mir nicht. Das heißt, ich darf noch einen weiteren W10 hinterher würfeln. Du nimmst... Das sind dann 12 DS 0. Das geht nicht durch. Also es geht irgendwie mit vier Punkten, glaube ich, durch die Rüstung. Aber das bleibt dann im Widerstand hängen. Ja, ich wollte es trotzdem einfach mal gemacht haben. Das heißt, er hebt eine von seinen ekelhaften Armen. Vier Stück hat er. Zwei zum Sicheln und Krallen. Und zwei weitere, die dann in deine Richtung gehoben werden. Und aus denen sich dann dieses Magazin in Form der kleinen Bio-Käfer auf dich ergießt. Die dann auf deiner Rüstung anhaften. Versuchen zu fressen. Auf dem Keramid verhungern. Und dann abfallen. Tot und verhungert. Wie ist die Kampfrunde, Wille? Ja, ich möchte jetzt mal schießen. Scheiß auf Wrackgranaten. Auf die kann ich nicht schießen, ohne auf meinen Verbündeten zu schießen, korrekt? Du kannst mir eine 20er Erschwernis schießen. Frage, was willst du denn das? Du kannst doch auf ihn schießen. Der ist ja nicht im Nahkampf. Der ist ja nur angelaufen. Ja, dann schieß ich einfach mal auf den Dicken. Ja, schieß doch einen anderen Tyranidenkrieger weg, damit wir von der Seite Ruhe haben. Der hier ist tot. Achso, das. Meinst du den? Ich meinte den. Aber das schieß ich auch mitten durch dich durch. Das ist egal. Geh halt den Schritt. Achso, okay. Warte mal. Ja, machst du freie Aktion. Bewegst dich zwei, drei Schritt. Und schieß dann, ohne dass dein Bruder dir im Sichtfeld steht. Schießen wir ja mal. Ja, nein. Du schießt und rotzt deine Munition in ihn. Triffst selbstverständlich die ganzen Eier, die neben ihm hängen, aber den Krieger nicht. Er weicht dir bösartig aus. Octavius. Ähm, ist Bruder Arminius jetzt schon im Nahkampf mit dem Krieger, der direkt vor ihm steht? Nach meinem Verständnis ja, der ist ja hergelaufen. Ja, der ist herangelaufen, hat aber selber keine Anzahl. Ja, also dann kriege ich ja einen Manus drauf. Das habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Ja, genug Ziele hier. Ja, gut, dann schieße ich auf den weiter entfernten Krieger. Weil ich bin ein großer Junge, ich kann das händeln. 43 Meter, das dürfte kein Problem sein. Auch wieder vollautomatisch. Flügel schneide ich dir auch noch ab. Ja, da treffen wir auch wieder alle. Ich habe eine Reaktion, ich würde auf alle Fälle versuchen auszuweichen. 72 nicht geschafft. Dann darfst du feuern. Ähm, eine Eins ist weg und wegen der Neun darf ich... Genau. Zaun des Apparaturs. Wieder eine Zweite. Also 19, das ist ein neun Schaden und das mal 4. 9 mal 4 sind wieder 36. Dann schießt auch du ihm wieder 1, 2, 3 Arme ab. Ein weiterer hat er noch. Und stürmt weiter auf den Platt Angel zu. Ja, kann man eigentlich in der freien Aktion immer was sagen oder nur, wenn man dran ist? Ja, in der freien Aktion kann man auch sprechen. Predigen ist eine freie Aktion. Ja, dann Tordal. Behalt den Krieger im Auge. Er wird sich auf uns übergeben. Halte unsere rechte Flanke. Ja, dann ist das mehr oder weniger eine Aufforderung, dass ich mir neben dem Vieh stellen soll. Der Befehl zum Sterben. Wrong-Modul zünden. Ja, das ist für mich kein Problem, da hinzufliegen. Ich wollte jetzt eigentlich erst mal recht stellen. Ja. Das geht dann genauso gut aus wie das letzte Mal. Ich sehe das schon kommen. Ja, aber dann hast du 4 Schaden gemacht an dem... Ja, und danach war ich Spaß. Du kannst ja auch mal was sinnvolles, taktisch sinnvolles machen, indem du nur ein paar Schritte hingehst und so eine defensive Stellung einnimmst. Dann kannst du zweimal parieren. Ja, ihr macht tatsächlich was anderes. Ist das hier so eine, wo ich jetzt hinziehen würde, ist das eher so eine höhere Art Deckung? Also hier geht auf alle Fälle die Wand nach oben und da hängt halt irgendwelche Brutmaterie herum. Und hier würdest du dann wieder auf ebenem Grund stehen, wenn es so etwas wie ebener Grund gibt. Also sowas für eine Art Deckung, also eine halbe Deckung. Dann würde ich jetzt richtig da hinten gehen. Würde ich dir 3 Rüstungen für geben. Ja, und per Schnellziehen feuer ich dann Hüllfeuer auf das Monster. Gut, dann nimmst du deine Boltpistole. Na, dann Gabriel könnte noch schießen. Ich werde dir trotzdem... Mach einfach mal deine Chance. 70, ich muss tatsächlich gucken, halbe Reichweite der Boltpistolen sind... Mehr als... Moment, ich will mal gucken. Tatsächlich treffe ich nicht. Fehlt das denn als anspruchsvoll? Ne, das hängt damit zusammen mit der Reichweite. Auf halbe Reichweite gibt es plus 20. Kampf ist immer plus 0, also Anspruchsvoll. Genau, und dann hätte ich aber auch selbst mit 2... Plus 20 hätte ich nur mit 62. Und äh... Und damit schieße ich sowieso daneben, also von daher ist es egal. Nächst ja noch die, äh, plus 10 durch den Schwur. Stimmt. Oh, okay. Die haben wir alle total vergessen. Ja. Dann würde ich tatsächlich treffen. Okay, dann äh, Feuer frei. Er weicht dich aus. Er braucht seine Reaktion noch für andere Dinge. So, dann ist das, äh, 2d10 von die Blockpistolen. 2d10 plus 5. Ganz genau, wie normale Bolte. Genau, genau, genau. Das ist dann... Äh, weil der reißend ist 3. Also 19. Verschleiftung. Okay, 19 ohne die Rüstung. Dann gucke ich gerade mal, wie viel Lebenspunkt er hat. Die minus 9. Dann, äh, schießt du, ähm, der... Die Höllenfeuer-Munition brennt sich durch seine Schildplatten. Und da schlummt, ohne dass es ihn interessiert, weiter auf dich zu. Mhm. Ja, Augenblick. Ich werde ebenfalls das Feuer eröffnen. Äh, unsere linke Flanke, äh, säubern, damit unser, äh, unser, äh, Lad Angel schnell dem, äh, Alpha-Krieger zuwenden kann. Und, äh, werde auf diesen Krieger hier schießen. 68 Sekunde, das könnte tatsächlich noch geschafft sein. Ja, das ist, äh, vier Punkte geschafft. Also kein Erfolgsgrad und, äh, ein Schuss würde treffen. Ja, ich glaube, mit dem darf ich noch ausweichen. Mit, äh, nee, du hast es schon, du hast es schon versucht, mit ihm auszureichen, hast es nicht geschafft. Als ich geschossen hab, ja. Ja, okay. Das vielleicht hat er zwei Reaktionen, das weiß ich nicht. Nee, hat er nicht. Ja, okay, dann macht den Schaden. Das ist die Kreatur Nummer zwei. Der angeschlagene, ne? Ja. Genau, 19. Okay, dann schießt du seine, dann Höllenfeuer-Munition in ihn ab, ähm, brennt sich in seinen Bauch hinein und du siehst, wie Topf und irgendetwas von ihm abgibt. Arminius. Ich war in der Stimme der ausgebreiteten Namen nahe und ruf dem Vieh, komm schon zu, also es ist auf ihn zu rennt. Und dann im richtigen Moment holt er mit seiner Faust aus und versucht zumindest, da werden wir sehen, wie es klappt, den Krieger zu schlagen. Mit einer Energiefaust. Dies ist ein Treffer, ich mache natürlich, da ich Swift-Attack habe, ähm, mehrere Attacken. Ja, jetzt ist es. Und bei sonst nichts anderes zu tun. Er ist rausgewichen. Äh, Moment. Ähm, hier kommen etliche Boni drauf, die rechnen wir durch, wenn es nötig wird. Wird es nicht, das ist vermutlich ein Treffer. Äh, das ist jetzt der zweite Angriff, ja? Ja, genau. Ich kann zwei Angriffe machen in einer vollen Aktion. Dann Schadenspunkte, er kann kein zweites Mal ausweichen. Dein Erfolgsgrade kommt ja auf die Schadensbitte mal drauf. Nicht ganz richtig, ich darf einen Würfel durch meine Erfolgsgrade ersetzen, wenn die Erfolgsgrade höher sind als der Würfel. Das gilt übrigens für euch alle. Ähm. Ist das aber nicht, damit sind das... Wie krank ist das denn? Damit sind das 30 Punkte mit der Energiefaust. Äh, Pen ist... Pen ist 9. 9. Ähm, du hast ja die normale Rüstung gut angerechnet, weil, ähm, das keine Höhenfuhr-Munition ist. Sie haben normalerweise etwa etwas von 18. Äh, die Pen ist zwar... 9 hast du gesagt. Mhm. Dann, äh, zehnt sich ab, sind 20 Schaden an dem, äh, der hat 10, ja. Dann sind es 30. Ähm, und du schlägst ihm zwei seine Arme ab. Dann bin ich dran. Ich werde mich bewegen. Und zwar, ich schau gerade mal... Ich guck gerade mal, wie weit die sich bewegen können. Mit einer halben Aktion. Dann mach ich hier 12. Dann mach ich hier... Ähm... Das wäre getroffen. Dann möchte ich gar nicht. Nee, äh, wartet du bist fast 36 gesprungen. Das heißt, du kannst nicht mehr angreifen. Das war der andere. Mit dem anderen jetzt bei Arminius. Achso, Entschuldigung. Machst du dem Ende, egal. Ich weiche dem galant aus. Okay, dann hab ich den zweiten Angriff. Hm, hm, hm. Hm, 49 habe ich auch geschafft. Nein, gib mir. Ja, sind ein W10 plus 14, sind 21 DS3. Ähm, da krieg ich auf jeden Fall was. Ich brauch ne Zone. Ähm, die Zone ist 94. Genau, ich denk wieder rein. Okay, das sind also 8 Rüstungen. Dann habe ich danach 8 Widerstand gegen. 16,5 durch. Das tut weh. Gut, und dann hab ich noch meinen Alpha Krieger. Der wird mit seinem Säurespucker antworten. Und der schießt auf Bordal. 45, das ist bei dem Alpha Krieger gelungen. Wobei deine Rüstung ist ja, wenn du dahinter stehst, ist das einfach nur zusätzlicher Rüstungsschutz, den du bekommst, ne? Mhm. Hallo. Dann gucke ich doch einfach mal, ob ich ausreichen kann. Mit 38 geschafft. Okay, dann kann ich ein weiteres Mal schießen, weil ich mich nur eine halbe Aktion bewegt habe. Und das ist nicht geschafft. Dann merkst du, wie sich die Säure von ihm hereinbrennt in die Schutzvorrichtung, in der du dich gerade verstandst, dass du springst dahinter weg. Und siehst dann eben auch, wie die sich auflöst. Er hat auf alle Fälle ein paar Eier mitgebrutzelt. Deine Rüstung wäre an der Stelle aber auch weg, beziehungsweise die Deckung wäre an der Stelle weg. Dann nächste Kampfrunde, Wilhelm. Wilhelm ist jetzt auch im Nahkampf. Ähm, ja, ich muss jetzt ja im Nahkampf kämpfen, weil ich kann ja nicht mehr schießen. Das habe ich mir auch das letzte Mal richtig notiert, richtig. Du kannst dich aus dem Nahkampf lösen. Ja, aber das ist auch eine volle Aktion. Oder du gehst halt aus dem Nahkampf raus und kassierst halt einen Heap von dem. Das willst du nicht, glaub mir. Warte, wer steht denn neben mir? Ja, das will ich ja auch nicht. Ja, dann muss ich jetzt versuchen, den zu stechen. Da habe ich jetzt leider keine Wahl. Du kannst einen vorsichtigen Angriff machen, denn du schandest dem ja sowieso nicht und kriegst dafür plus 10 aufs Ausweichen. Ich habe jetzt schon angegriffen. Das klappt aber nicht. Dann habe ich auch wieder eine Reaktion, ne? Ja, es klappt ja eh nicht. Klappt eh nicht, hast du recht. Äh, sicher? Denk an die plus 10. Ja, es klappt trotzdem nicht. Okay. Dann ist Octavius dran. Also ich denke, am sinnvollsten wäre es hier, diesen angeschlagenen Krieger, der mitten unter uns steht, wegzumachen. Ähm, ich mache einen Einzelschuss gezielt, so dass ich keinen von meinen Brüdern treffe und versuche, den zu killen. Dann schießt du den von deinem Devastated Bruder mit deinem Einzelschuss ab. Ja, gerade so. Mhm. Er musste eben nicht ausweichen, dann versuche ich jetzt trotzdem mal. Nein. Ist da wohl weitergebunden, kämpft dann mit dem Messer, das Bruder Wilhelm gezogen hat. Das wären 26. 26 mit der Bolt-Höllenfeuermunition. Ja. Dann ist der Todzustand. Dann schießt du mit deiner Höllenfeuermunition ihm den Schädel weg und nach Darius Storan. Ja, ich gebe jetzt eine Vollpistole-Salve auf den Krieger, der auf mich zukommt. Und schau mal, was daraus passiert. Mit 32 treffe ich sogar. Ja, ja, ja. So war ich ein. 42, auch gelungen. Ist aber eine Salve, ne? Salve. Egal, das auch. Ist wichtig, wie viele Erfolgsgrade ich habe? Ja, ja, ja. Ähm, äh, gar keinen Erfolgsgrad. Also einer Salve bin ich ausgewichen, dann sind es noch drei Schaden, ne? Zu drei. Das kommt drauf an, wie viel Halb-Fabi getroffen hat, ne? Mit 32. Ich bin gerade am richtigen. Bei Salve zählt nur alle 20 Punkte. Genau, ich habe für 72 gewählt, das heißt zwei. Gut, kannst du, also zwei machst du, einem weiche ich aus, dann hast du noch einmal den Schaden. Genau, also erstmal. Dann machen wir gerade mal. 3D 10. Ohne 10! Äh, ja, und die explodieren beide. Stimmt, sogar zweimal. Und die 9 explodieren. Also ich darf, dann darf ich 2D 10 neu überfüllen. Noch eine 10! Äh, die explodiert weiter. Ja, ja. Einmal im ersten Wurf sind es, ähm, 29 minus 5 sind 24, dann kommen 13 oben drauf. Genau. Ja. Und noch einmal. Junge, eine 9 explodiert weiter. Warte, warum explodiert er weiter? Aua! Und eine 1.